Wir sehen hier das Samsung Corby, das neue stylische und vor allem recht preiswerte Handy von Samsung. Und das Corby wird mit drei Wechselcovern geliefert, die ich auch gleich nochmal zeige. Ich mache jetzt erstmal die Verpackung auf und dann wollen wir mal schauen, was da im Lieferumfang noch so enthalten ist. Hier haben wir das Samsung Corby. Das Corby geht übrigens leider nur mit Edge-Geschwindigkeit ins Internet. Und wenn ich das jetzt hier umdrehe, dann sieht man auch die 2 Megapixel-Kamera. Und jetzt schauen wir mal, was da noch so mit dabei ist. Hier sind, wie gesagt, die beiden anderen Wechselcover. Einmal in schwarz und einmal nochmal orange mit Aufdruck. Dann haben wir hier das Ladegerät. Und hier haben wir ein In-Ear-Kopfhörer mit einem 3,5 mm Anschluss. Dafür benötigt man allerdings noch diesen Adapter. Das heißt, man kann diese Kopfhörer benutzen, kann aber auch seine anderen Kopfhörer über den Adapter an das Handy anschließen. Dann haben wir hier natürlich noch die Anleitung und den Akku.